Stimmen Hauptsache jetzt die Schnauze während dem Gefecht, okay? Ich geh mal kurz ins Badezimmer und lass den Druck ab Eine Minute nochmal Alles hört auf Erik Oh Gott Mit einer Minute schaff ich das nicht Ist mir scheißegal, ich brauch nur 15 Sekunden Komm Bruce, wir ziehen sie da unten aus, okay? Auf der Heavy Line Das schaffen wir schon Wir schaffen das Scheiße, wo hab ich denn so lange? Ihr lasst es bitte während dem Gefecht Ja natürlich Hab ich doch grad gesagt Gefechtsruhe und alles hört auf Erik, okay? Und Ben Ben hat die Mades, glaub ich, gell? Ich kann den Gürtel schon mal aufmachen Leute, Ruhe jetzt Wir gehen gleich rein Viel Glück und Gutschuss Genau das haben die gesagt Genau Schnauze Was geht schon wieder los? Leute 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 Ruhe jetzt bitte Oh, konzentriert euch Schlechtes Tami Oh, wir sind auf der anderen Seite Doch nicht So, also wie besprochen Rieke Ja Hier unten hin Du Kommando über die Mades Und den Leit Heavis Hör noch meine Stimme Ja, ich würde auch sagen, wenn irgendwas passiert Ja, natürlich So Ah, das schenkt Gold Ach ja Gut Na ja Das ist das Das sehen sie Leit nach links ziehen Hier rüber So So, verstanden Die splitten sich auch Stopp, dass ihr da Ich hab noch einen IRS-3 gefunden Der ist schon da unten, oder? Leute Ich bin leer Bleibst du unten, Martin? Oder? Ja Alles klar, lass mich vorbei dann, okay? Oh, fuck Bitte Danke Danke Ich geh nach vorne schauen Gehen wir schön den Turm nach vorne Der Leit Ähm Entweder da bleiben Oder zurückziehen Ich bin hier fest, Genagel Ich finde dann hier oben ist noch eine IRS-3 Ja, ich weiß Ich hab jetzt den dritten Schuss drin Erich, wenn du nix sagst, packer ich hier durch, ne? Wir haben Anweisungen, Bruce! Du bleibst da stehen gefällig! Achso, wie soll ich stehen bleiben? Ja, natürlich, so war die Taktik Oh, noch mal zu Stefan Bin auch schon auf Ich glaube, ich kann da nicht aufmachen Nachschuss Sehr schön Halt, Bruce, stopp! Nachrücken, Leute Giel nachrücken Blicke runter, komm Hierher Ja, wir müssen langsam Gassi-Gassi machen Evvys, los! Evvys, go, go, go! Los! Löwe rück nach! Oh, der LP hat sich zurückgezogen Good job! Ja, ich hab noch 100 für vorhin Martin, komm! Ja, aber besser als Null, ne? Du kannst doch mal gucken Kannst doch mal rück, äh, hier Ähm, runterfahren Und hier mal, ähm, hier spotten Ja, mach ich schon Martin, kommst du? Ja, mach ich Die IS-3 aus der Mitte Vorsicht Fahrt zu Ich, ich, ich lenke die IS-3 ab Ja, ist jetzt die Frage Bleiben wir Sollen wir runterdrücken oder runter? Runter, fahrt runter, fahrt runter Auf die IS-3 runter, los Ich lenke sie ab Gut, wir fahren mit vor Der Löwe, die IS-3A hinten Bin dran Woah, fuck Oh, du schildest sie, du schildest sie Ich nehm die IS-3 Ich nehm die IS-3 Okay, ich dreh um Hab da oben den Arm Ich mach mal auf Die, die Mädchen müssen jetzt hier Ding pushen Ah, entschuldige, Kerl Äh, fahrt doch mal wieder zurück Zurückfahren Warum seid ihr jetzt alle runtergefahren? Ach Wir decken euch den Rücken So, hier können wir halt downstehen Wie viel hat der, äh, 50, 100 noch im Magazin Wer hat alles zu fressen von ihm Versucht die IS-3A, Martin IS-3A, Martin Äh, ich krieg von dem Geld ins Kreuz Das wisst ihr schon, gell Da steht noch ein Libertain, ne? Ja, von dem krieg ich die ganze Zeit hier einen Arsch IS-3A, Martin Ich finish sie IS-3, äh, haben die bis da oben Die nächste IS-3, Martin, ignorier den Defender Ignorier ihn Achtung, LP 50, 100 kommt Mach Schussfeld Weg, 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 weg 50, 100, LP Gut, Defender Er hat einen verschossen Ich finish Warte, ich fang mit den Nicht traden Ganz ruhig, Leute Nicht täglich werden Ich setz ihn auf Dauerkette den Defender, okay? Äh, jodels halt mit rein, das Objekt mit rein hier Ja, wenn ich vom AMX nicht rein kriege Defender verpisst sich Du bist doch nimmer gespottert, oder? Sollen wir uns den holen, Ghost Dog? Warte, Stefan bleib zurück Stefan, bleib zurück, Stefan, bleib zurückbleiben Ich komme Ah ne, ich bin auch one shot Na Arsch Ja, lass ihn kommen Ich muss nicht reden So, Leute So, war das mal ne Taktik Irgendwas, was funktioniert Komme, nehm ihn raus, Erik Raus, auf ihn drauf, komm Wenn einer drauf geht, mach dich Ich push ihn, ich push ihn Don't cap, kill all Don't kill, cap all Deine Ernst Nein, was ist denn das für ein Penner? Kann man auch machen? Ja, kann man auch machen Unter war ne gebounced Naja, egal So Das war jetzt endlich mal auf unserem Niveau heute Wir haben es aufgenommen Lief jetzt gut Jetzt kommt gleich Wird wahrscheinlich gleich die nächste Runde kommen Denk ich mal Dauert ein bisschen Wir müssen gucken, wann die anderen Vorrunde Gefechte fertig sind Kannst du gucken auf der Karte Genau So, lief gut Aber hey Ich hab los gemacht Aber alles von dem drauf gemacht Report, Aaron Chapeau So, Leute Das war ne gute Runde Das Ding Leute Das war ne gute Runde Die Gefechtsruhe hat auch gepasst Also Also